Und das Letzte, was ich euch zeigen will, das ist das Verschwinden von Objekten. Das ist ja jetzt ein bisschen kompliziert und man muss zuerst den Chromakey beherrschen. Also ich ziehe mir eine Datei in die zweite Spur zuerst. Dann bearbeite ich dieses Objekt auf Chromakey, also wieder grüne Wand weg. Ja, Chromakey ganz schön anpassen, damit es keine grünen Flecken gibt. Ja, mit diesen zwei Pünktchen so richtig auswählen. Ja, fertig ist das. Dann gehen wir auf Importieren. Nehme ich mir einen passenden Hintergrund da, zum Beispiel von Berlin was, dass das Mädchen da in Berlin sich befindet. Dann auf Bewegungseffekte und das Bild ganz schön auf Position und Größe anpassen. Aber zuerst das Bild markieren, genau, dass es gelb wird. Und dann ziehen, damit wir ganz schön den ganzen Bildschirm voll haben. Ja, jetzt wieder auf Importieren. Nehme ich mir eine andere Aufnahme, zum Beispiel ein Mädchen auf einem Tisch und im Hintergrund wieder die grüne Wand und wieder Chromakey die grüne Wand weglassen. Also, Video-Effekte, Chromakey, aber nicht vergessen unser Objekt auch zu markieren. Dann wieder das Grüne weglassen, mit Pünktchen anpassen. Ganz schön, damit das Mädchen schön aussieht, ohne blaue, äh, vor grünen Flecken. Und dann auf Position und Größe. Und jetzt verkleinern wir das Bild. Ja, ganz klein, dass es zum Beispiel in die Hand passt. Ja, noch kleiner. Und dann ziehen, bestimmte Position auswählen. Kann größer oder kleiner sein, je nachdem wie wir es haben möchten. Ja, jetzt wird Sitz in der Hand. Richtig. Und dann müssen wir alle Längen anpassen. Also alles abschneiden, was es zu viel ist. Ja, hier schneiden wir ab. Nicht vergessen zu markieren. Ja, dann Bild im Hintergrund genauso. Ja, und jetzt gucken wir, wo ist das Ende eigentlich von unserem Effekt? Nein, noch nicht hier. Ja. Ja, so ungefähr. Dann markiere ich alle. Und wieder abschneiden. So viel brauchen wir nicht. Nur so viel Aufnahme für diesen Effekt. Genau. Und jetzt. Jetzt markieren wir unser Objekt, das verschwinden soll. Ja. Und jetzt ziehen wir diesen Punktchen da, äh, oben rechts. Genau so. Ja. Und dann verschwindet unser Objekt ganz langsam von der Hand. Das Mädchen bläst und wird dann dieses Bild ganz langsam verschwinden. Also die Aufnahme ist ganz kurz, da geht eigentlich schnell. Man kann auch aber länger aufnehmen. Und das war's. Viel Spaß. Ja. 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 Ja.